Was ist mit denen los? Sind heute alle ein bisschen gestresst. Wir sind da auf eine ungewöhnliche Sache gestoßen. Das ist ungewöhnlich und beunruhigend. Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das das Ende des Golfsturms bedeuten könnte? Ja. Ich glaube, es ist soweit. Wir durchfliegen gerade ein Gebiet mit ungewöhnlich schweren Turbulenzen. Vor uns türmen sich extrem hohe Wolken auf. Was ist das? Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen und ziehen Sie sich ganz große fest. Die Regierung muss sofort weitreichende Vorkehrungen treffen. Sie stützen sich nur auf eine Theorie. Es regnet inzwischen schon seit drei Tagen so. Mr. Vice President, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät. Ich fürchte, die Uhr ist abgelaufen, mein Freund. Was können wir tun? Retten Sie so viele Sie können. Der Sturm wird immer schlimmer. Was haben wir tun? Ich hole dich da raus. Hast du verstanden? Ich hole dich da raus. Ich hole dich da raus. Das war's. Okay. Das war's.